So Leute, da sind wir wieder mit Magica, mit The Bloody Fox The Bloody Fox, der sitzt jetzt neben mir Wir haben jetzt die Wohnung getauscht, jetzt sitzt es nur bei mir Genau, und Wardrag und The Bloody Fox Genau, Wardrag 13 Wardrag 13 und The Bloody Fox Genau Und ich wollte jetzt auf Start trinken, kann ich leider nicht, weil ich nicht der Host bin Ja, du bist halt ein Host Und jetzt muss man Schnauze halten, wieder in drei Sekunden, ne? An den Gipfel des Irrsinnens Wie immer unfähig, in Stresssituationen sinnvolle Sätze zu formulieren Hatten sich die Zauberer doch glatt mit Fafni an Und ihn beinahe getötet Zum Glück ging Futurus Vlad noch rechtzeitig dazwischen Da sie Asatür nun per Marquis in die materielle Welt lotsen konnten Waren die Zauberer endlich bereit, den Megadämon selbst herauszufordern Ja, wie immer ist die Sprachausgabe viel zu leise da Ich bin die Zeitgeber, du weißt, was vorher kommt Ja, ja Ich muss gerade aber, wie ich sie Blender mit euch war ich doch schon fertig Oh, oh Oh, oh Die Null kommt, das habe ich ganz vergessen, sieht so aus, als wir es mit mir aufnehmen Die Null Die Null Ich bin die Sprache ausgerüstet Äh, was haben wir in den Null? Also als allererstes Mal das da Das war schon mal ein Gedanke Au Das war schlau Angst Du Schild So unfähig, ein Rundschild zu wirken Ist egal, wie fähig ist zu boosten Ja, er hat durchgeschlagen Du musst mal leben Ich lebe die immer wieder Bleib im Himmel und ich booste Alter, was willst du denn schon wieder? So, was hatten wir gemacht gegen Gratts? So Und so Und so Und so Und so Genau Aber Nichts, was wir nicht besiegen können Ich glaube, ich habe das ins Schild eingefastet Ja, etwas Ich helfe dir boosten Alter Guck mal, er kriegt 400 pro Sekunde Schaden durch das Feuer Das letzte, was ihr seht, werden meine spitzen Eckzähne sein Blatt ist übrigens kein Vampir Achso, doch, wir wissen ja schon, dass Blatt ein Papier ist Nein, das ist kein Vampir Hat er uns doch selber gesagt Nein, nein Alter, dieser Schaden, schaut euch das an Bam, wenn Assatur nur halb so schnell geht Aber er kriegt immer noch Schaden Bam, bam, bam Vor allem, wir konnten nie ihn besiegen Aber jetzt auf einmal ging es komisch Warte mal kurz, ich muss mal Wir haben wieder die Magie gekriegt Die werde ich mir mal unten gleich reinpacken Wir haben übrigens nichts Todesbeschwörung Und das ist aufgerundet Wir haben die stumfe Klinge und den gewöhnlichen Zauberstab Wir sind also hier mit nichts Nein, du bist ja gestorben Du hast auch nichts, oder? Ich habe auch nichts Nein, ich bin auch gestorben Ich bin ja voll gestorben durch Lava immer wieder Und wieder und wieder Ich ist blöde Lava Ich ist blöde Lava Level Porthus 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 Wir haben uns selbst gesehen Gerade haben wir ihn besiegen dann Ja, aber die anderen haben uns nicht gesehen Das ist das Wichtige Was sollten die Sperenzchen Was sollten die Sperenzchen? Krimnir, der Dunkellord Ich mache ein Schild? Ja Ach doch, das bin ja ich So, ich mache erstmal ein Schild und booste ihn Kommen wir eigentlich da ran? An ihn sollten wir rankommen Ich glaube, ich bin nah genug mit dem Schild Ja Ja Ja, wir müssen also als erstes Krimnir besiegen Fuck, ich geh da nicht rein, das ist Eisblitze So, und sobald wir Krimnir besiegt haben, können wir eventuell Assertur mit Verkörperung Hast du Verkörperung drin? Ja Ich brauch's jetzt schon mal rein, ne? Ähm, na ich weiß halt nicht, ob das reichen wird, um ihn zu besiegen S S A D A Nein, sobald Ähm, ähm Setze mal Setze Ach so, ich bin grad nicht so gut grad das Wort hat Setze mal Verkörperung bis auf den letzten Zauber Oder ich setze mal Verkörperung bis auf den letzten Ja, dann boostest du nur Genau Und ich kann währenddessen meine Schild... äh meine... Das Schild Ich glaube auch, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich, ne? Ja Ich muss mir dann nur sagen, wann ich ihn... Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht Guck mal, er wird schon hinten schon... Jetzt Ich lass dir das Zeichen geben Ich hab ihn Ich hab ihn So, jetzt... ich... ich hau noch mal ein Schild rein, das wird wahrscheinlich nicht viel zu bringen Doch, ich versuch's trotzdem Ich weiß nicht mehr genau, was Assertur macht... Ich weiß nicht, aber es tut bestimmt... Ich weiß nicht, dass er böse ist Der Schild hält... Besser als drei Wettertaft, sag ich dir Das Problem ist, was wir haben, wir kommen nicht ran Wir kommen nicht an ihn ran Ich versuche mal einen neuen Schild zu setzen Ich hab mich sicher ein Steinschild gegeben Das mach ich auch gleich noch Warte, ich löse das erste... Du musst noch mal, noch mal, noch mal, noch mal Sehr gut Du kannst die Schilder auflösen Ich hab nichts... ich hab kein Schild aufgelöst Ich löst doch mit meinem Schild... Der kommt nicht ran, er fliegt Verdamm Das heißt, wir müssen ohne Schild arbeiten Oder ich halte das Schild, bevor ich dir zu besiegen Ich halte das Schild, damit du mehr wieder reinkommen kannst Du meinst, das schaffe ich? Das schaffe ich nicht Oder du kannst du zumindest noch wiederbeleben Verdammt Satz mit X Ahm Der gute Glitzschlag hilft das, oder? Verdammt, danke Schild Mach ein Schild, mach ein Schild, mach ein Schild, mach ein Schild Solange es... Au Das war der falsche Schild Lebe, lebe, mach ein Schild Beleb mich kurz wieder Kann ich leben auf dich, Carsten? Ja Ja Oh, er hat sich ein wenig geheilt Hau einen Blitzschlag ruhig rein Hau einen Blitzschlag ruhig rein Aber ich will den Donner... Ah, weg da, weg da, weg da, weg da, Murphy Das ist kein Ding, ich bin Nagelschlug vielleicht noch weg Ich versuche hinten den Schild aufrecht zu halten Ich versuche hinten den Schild aufrecht zu halten Ja, mach du das Verdammt Du haust gut aus Ahren oder wie? Da war ein Schild weg Hast du den Schwerenstein Schild rein, ne? Doch, ich muss mich nicht bewegen Gut Waren da hast du gleich Komm, 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 komm Ja, super Was? Na... Das ist unmöglich Banana Wie möglich Ich werde michiker Ich werde mich für die Mitt слова Das war man nicht mehr Werblich, klar Nein, nicht mehr Ich werde mich, aber nur Wunsch, du kannst mich für die Welt und die Welt nach mir Ich bin Ich bin Du bist 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 ja das war so wie das ist das was schön war dass ihr dabei war und dann haben wir jetzt wieder auf die redresspartie ja wir kratzen zum kopf kratzen nochmals bringen nochmals geschafft was ist noch eine weile so und nun ja keine ahnung ja wir haben erstmal die credits durchlaufen das wird auch nicht zu töten ist es der letzte nein du hast mich getötet könnt ihr mich wieder beleben ich will dich niemals töten ja die wassitzel 11 von 12 steht da du der bei mir steht 1 von 12 warum auch immer ich bin auf einem rechner okay so ging das so dass ich wirklich sehr optisch aus ja ja das hier war bis bei zehn minuten ganz geschafft warum guckt diese magie ein welchen magie war was so was für ein schöner das 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 ja die haben wir jetzt von assatür diese magie haben wir von assatür haben waren der vortex der wird immer größer wenn er was denn schlucken kann kannst du mir einfach einschmeißen ich könnte jetzt zum beispiel immer und da bin ich selber gestorben das war keine gute idee ich glaube jetzt passiert nicht mehr viel weil wir schon den credits sind aber wir sind weg ja magiker kann nicht mehr leben kosten ein sehr schönes spiel ein lob geht raus oder ein dankeschön geht raus an lost endgame der uns die keys zur verfügung gestellt hat und uns auf dieses spiel gebracht hat ist echt ein traum das ding also der humor ist echt der man kann sagen was man will der humor ist wirklich gut and most of all loving parents girlfriends boyfriends and friends who put up with us never leaving the office von paradox interactive der also es ist ein sehr schönes spiel aber ich sehe gerade ja ich habe andere credits gerade ich weiß nicht ob meine schneller sind oder langsamer ich weiß es nicht auf mir bei mir rennen nur noch nahm durch simon dahlberg im anmelde bürger nicht doch hier hast du nicht das sind die deutschen das hat hier eher an die die übersetzer eventuell auf jeden fall ein super spiel diese folge wird also am montag erscheinen das heißt oder ja heute ist dann montag das heißt nächste woche dienstag erscheint magica 2 dann werden wir auch gleich die erste folge rausholen also freut euch auf den tag nach pfingsten nach pfingst montag ist das dann der pfingst dienstag sozusagen sozusagen der der magica dienstag pünktlich um 17 uhr pünktlich um 17 wie das auch werden wir aber muss hat muss hat sich selbst gespielt hat sich selbst gespielt ja das kommt bei mir auch gleich weil ich bin gerade erst beim cio also mein bilder ein bisschen langsamer okay und ja denkst du auch partners worldwide das geht auch an euch danke dass ihr zuguckt habt sagt doch mal wie hat euch das spiel gefallen oder lasst eure meinen die kommentaren dieses schon mal beim pokémon sage dann genau feedback hilft uns auch dann zu kommen nein kein feedback nur kommentare und nur nette sachen schreiben er sich durch ihre sachen schreibt egal ob berechtigt oder nicht fliegt raus richtig aber ich dürfte gerne böse sachen über platte bei mir schreiben das ist kein problem und fliegt es trotzdem so ein adventure of sorts genau platte wird sich jetzt wahrscheinlich ausklingen weil bei seinen drei kräften schon durch ich warte noch dass meine kräftes durchgelaufen sind ich klingt mich nicht aus bei mir dürfte jetzt das was sie ist sie ist dann ein bild das ist ein gerissen ja ein bisschen wir müssen sowieso gleich noch etwas machen wir müssen ja noch zu unserer party richtig die welt rettungsparty das dürfen wir nicht vergessen deswegen warten jetzt bis bei dir das buch auch zu ist und gucken ob das gleich geht oder wir dann noch mal ja also es gibt jetzt die möglichkeit das ganze spiel von vorne anzufangen das ist ganz witzig gemacht mit dieser welt rettungsparty denn wir fangen zwar ohne items wieder aber haben wir es gerade bei mir ist gerade echt durchgelaufen okay haben dann alle unsere magie magiken ich glaube magiken das ist die mehrzahl hier heißt es magi aber es ist schwierig wie ist das bei wizards of square tablet das ist anders da sagen sie das ist magik sagen sie magik wird das da geschrieben genau finde ich auch besser also da bekommt man nicht magikieren sondern eine magik aber ich glaube das liegt auch daran dass dieses spiel hier trägt aus dem schwedischen vermutlich übersetzt wurde ins deutsche und das tablet spiel vermutlich aus den englischen ins deutsch übersetzt und dieses spiel etwas älter als wir wissen wir werden gucken was beim markt der zwei dann drinsteht und ja wo es tut es hat das kräfte leute für jeden der ein tablet hat oder ein mobilgerät auch sehr zu empfehlen unter ios und android erhältlich könnte ich mal angucken eventuell können wir ja auch mal spielen vielleicht als nehmen gucken vielleicht das technische wird etwas schwierig technisch aber das können wir mal gucken ich habe da schon die idee das können wir aber jetzt gleich besprechen so ja wir gehen erst noch auf unsere party hier suchen noch ein bisschen käse und klicken wir das buch an okay das heißt ich erstelle noch mal schnell ein online spiel mit dem gleichen ding ich glaube ich werde jetzt einfach mal aber diesmal nehme ich meine diskonnekten wieder weil die spiel aus ausgaben ist genau sagt diesmal nehme ich aber ihr seht kapitel 1 die schunkelbedrohung nach sechs stunden und 43 minuten ich nehme ich auch meine special robe ja ich komme auch mit einer special robe ich muss gerade mal gucken jetzt können wir nämlich gucken ob wir dort hinten in die bibliothek kommen was wir ganz am anfang wissen wollten genau und jetzt so fünf minuten haben wir noch das hoch geheime passwort wie du hast es angezeigt ich habe es jetzt angezeigt weil ich habe es gerade kein konfetti auf dem rechner du dreister kerl als dankeschön dass die altrucke so dass klar ist aber stechen rüber ich werde auch meine um special roberten lassen sich vorhanden nehmen ich finde dass wir sind ja ganz viel hoch grobs gelogen nur mal rüber die frage geschaut die ist links neben der späten ich möchte nicht nur durch die bis nach rechts gegangen wird jetzt nach links gehen müssen so wurden die die um ich habe das um hier das ist selber wo wir haben die Zeitung ist bei mir und so aber da ist das da haben wir so ich nehme doch mal ein paar ist normalerweise ein bisschen blau genommen so dann wollen wir mal dann können wir gleich die Waffen unserer Roben zeigen eventuell und wenn es diese Roben in Magica 2 gibt werden wir diese dort auch denn ich erzähle euch heute eine Geschichte sie handelt von Kerkern, Kriechechsen, Ghoulen, Goblins, Geistern bla 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 und von Vampiren naja von Zauberern halt genau wenn du an einer schweren Stelle die Zähne ausbeißt so wie Vlad, versuche es mit Elementen die du normalerweise nicht nutzt ja richtig, das haben wir auch teilweise gemacht dann wenn wir dann versucht haben zum Beispiel Kältebomben auf die hier sagen wir mal nur zu werfen weil die hier reinkommen sind andere Sachen fallen mir grad nicht ein weil das alles schon so lange her ist ok hallo Vlad über Universitärer Gelehrter la 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 ja das Spiel weg, das ist das lustige Spiel fängt jetzt einfach von vorne mit der Weltrettungsparty wieder an die wir auch von Anfang an hatten wir gehen noch nicht aber ihr seht wir haben einfach mal alle Zauber wir können jetzt zum Beispiel eine genau da unten schmeißen wir eine Weltrettungsparty für euch wir überspringen das heute alles mal ok geh mal von dem Typen da weg ich möchte dem jetzt gerne eine ein Vortex nein aber ein Vortex können wir schon zaubern? ja natürlich achso wir können noch nicht zaubern verdammt erstens Tutorial wir wollten die Bibliothek reinlaufen wir können nicht in die Bibliothek wenn wir jetzt noch keine mehhh 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 ach richtig verstehst was ich meine aber die Badi Bibliothek ist sowieso bevor wir Zauber gekriegt haben genau ich dachte wir kommen hier mit unseren mit unseren Fähigkeiten wieder raus aber wir gehen es trotzdem noch mal ganz kurz ja wir gehen bis zur Weltungspartys, das wir die Party nochmal sehen weil wir haben aber bis Zeit und sind jung genau und die meisten Leute haben das wahrscheinlich schon vergessen hier ich dachte halt dass man da unten die kommen ja erst in oh Hilde du hast eine andere Ränder da gibt es gar keine Treppe ich habe zumindest noch keine gefunden richtig die Idee war jetzt damit mit Teleporter runter zu kommen aber naja du Nerd ich habe hier eine Treppe gefunden ja die können wir aber nicht mitnehmen so lassen wir uns mal eine Party schmeißen die unserer würdig ist was soll schon groß passieren was soll schon passieren ich bin schneller als du also das sieht man jetzt ja die Badi ist mit seiner Spezialruppe mal einiges schneller hat aber auch einiges langsamer einiges langsamer ich bin aber dafür viel bei dir die Überraschung Schäfer um wir haben schon ein bisschen vorgefallen ich mache es kurz der Käse ist alle neun 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 und breit nachschub im Osten richtig vor Ort der Schachter schon klick klick äh klick du schaub mich an ich bin geringer ich habe eine Magie ich habe irgendein Deja Vue glaube ich ich habe irgendein Deja Vue so wir spielen das Spiel jetzt nochmal durch ne wir haben noch so lange herzen wir kommen zum Let's Play Magica Magica versucht einfach irgendwie aus dem Vernehmnis zu kommen wir neugeln dass der Feuer wieder zu oder wir oder wie auch immer so aber ich würde sagen wir holen uns noch ganz kurz die Waffen und zeigen noch aus und zeigen mit Waffen Banana Banana ok Magica experimentiert man bla 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 so mein Magica ist abgestoßen ok ok äh bei mir sieht man hier schon so ein wenig ich habe jetzt eine Gyrojet Pistole und einen Bibliothekstum der Stab der Stab bringt mir folgende Fähigkeit ich kann so einen Anlauf nehmen ok ihr guckt euch das letzte Mal an oh ich kann euch auch noch die Waffen von Wartrag zeigen genau und ich mache jetzt Schluss ich bin nicht folge weil überhaupt wie nur schwarz mit schaut euch die letzten paar Minuten mein Bloody ein und genau da seht ihr nochmal also ich habe eine Gyrojet Pistole die es abschied ist zu meinen Zuschauern noch ja tschüss 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 so 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 äh ich habe übrigens eine Lebens äh äh Immunität das heißt ich kann keine Lebenszauge benutzen ne doch du kannst sie schon benutzen aber sie heilt dich nicht oh kann ich noch nicht richtig und jetzt kann man mein Stab ist weg und das kann ich aber noch zeigen ähm genau mein Stab ist einfach ein ganz normaler Zugungsstab der einfach nichts anderes kann als als cool aussehen aber der Lichtdiskuss ist cool aber der Lichtdiskuss ist cool aber der Lichtdiskuss ist halt Superman das ist ein Wurfobjekt ähm der reiht an mehreren Wänden ab und macht Arcan Schaden dann gar nicht allzu allzu wenig ja aber die Gyrojet Pistole ist natürlich trotzdem cooler naja weil sie Feuerschaden macht und hier wäre es viele Sachen nicht so das Problem gewesen weil ich einfach mal eine enorme ähm ähm Resistenz habe gegen alle möglichen Elemente außer Arcan und Donner und doll ich immer mit Steinschild rum guck mal Leute ich bin ja jetzt schon etwas langsamer guck durch ach kann ich noch nicht ok dann schauen wir das nicht Banane würde ich das Tutorial überspringen? ja das wusste ich nicht dass es geht ich auch nicht ok und damit äh beenden wir Magica ja bis äh in einer Woche dann Leute mit Magica 2 bis dann tschüss tschüss